Wie ist es passiert? Das möchte ich Ihnen lieber ersparen. Ich möchte es aber wissen. Kein Mensch hätte da noch rechtzeitig bremsen können. Das hat in der Gutachtung alle Zeugen bestellt. Ja, ich weiß, wie er wollte, was wir nachsagen! Das ist immerhin so, dass Sie gekommen sind. Das hätte ich nicht gedacht, wirklich. Ihre Transis, mein Ansprechpartner. Sie war nicht da. Nee, also ich möchte... Da haben Sie sich gegärt. Ah ja? Und warum? Weil ich ja die Verhandlungen führe. Ich habe hier zum Beispiel ein Foto. Ministerialdirigent Braubach versucht Angehörige des Unfallopfers und versucht, sich mit Geld rauszukaufen. Koch dir nicht mit dem Giftmüll aus dem Netz die Birnerei, verstanden? Vielleicht ist es jetzt Zeit für einen toten Politiker. Vielleicht war die Zeit nie wieder so günstig wie jetzt. Da hast du langweilig und die Dummheit. Mach, mach was du willst. Mir reicht's. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus.